Und weiter geht's. So. Ne, aber Schad Evans nicht. Frank Meere. Shane Carwin. Boah, 90 der. Venetara, Nokia. Die sind da jetzt alle so gut. Venetara. Der ist... Hier hat er den... Stefan Struth. Ornals. Nur Brock Lesnar hat er besiegt. Hm. Da. Okay. Boxen. Ich glaub... Ich mach Shane. Shane Carwin. So. Jetzt alles so gut. Also das ist scheißegal, den wir nicht machen. So. Haben wir den Kampf angesetzt. Ein bisschen trainieren. Vielleicht einen neuen Move dazu packen uns. Ja, gut. Komm. So. Trainingssitzung erstmal. Ähm. Kraft brauche ich. Ich... Wo krieg ich denn noch gut Kraft? Stand-up Sparring. Da geht Kalio runter. Ein bisschen was machen, wo... nicht Kalio runter geht. Ui. Überhaupt, wo es nicht runter geht. Submission Sparring. Submission Sparring. Der ist... Takedown Sparring. Geht Kalio. Hm. Pound and Pound könnte ich machen. Ne. Das bringt mir aber nicht viel. Abwehr drin. Ne. 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 Mach ich das jetzt. Kann ich zwar nicht, aber... Solang es mir irgendwie... Punkte gibt, ist alles in Ordnung. Ja. Jetzt komm. Oh. Gut. Andere Seite. Ja. Keep it too easy. Keep it going. Don't deadlift it. Use your legs. Jetzt komm. Jawoll. So. So. Ach. Hätte ich lieber das andere genommen, ey. Komm. Den ersten kriegen wir voll. Na. Okay. Komm. Scheiß drauf jetzt. Nein. Boah. Komm. Das krieg ich noch. Ja. Hoho. Boah. Hätte ich auch automatisch machen können, hätte ich mir Zeit gespart. Aber ich will ja euch alles zeigen, also mach ich's natürlich. Cyber Stärke, scheiß auf Bein, aber... Takedown so. Tja. Passt. Jetzt wollen wir mal gucken, ob wir vielleicht nicht noch einen... neuen Move uns beibringen können. Black House. Lernen. Nee, rechte gerade nicht. Nein. Schritt und linker Headkick. Nee. Nein. Nein. Oh. Ah, das ist doch besser. Das ist doch besser. Flying knee. Rechtes Flying knee. Ich bin gespannt, ob ich das schaffe. Ja. Mal gucken. So schwer sieht das ja gar nicht aus. Ach, was mach ich denn? Da... Warum macht er kein Flying knee? Ich drück Flying knee. Hallo? Ich drück die Tasten. Ich drück... Ohne Scheiß drück ich die Tasten. Ich mach einen auf. Ja, macht er nur das. Ach. Training wenn... Ja. Macht nicht das, was ich will. Scheiß jetzt drauf. Krieg ich den Move zwar nicht. Ist jetzt egal. Ist alles jetzt egal. So, wir kämpfen. So. Haben wir Makarin. Kaputt. 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 Ziganu. Sind wir Undercard? Scheiße. Kostek. Sag ich. Kostek gewinnt. Hier gewinnt natürlich ich. Hoffentlich. Hier gewinnt Rampage. Yushin gewinnt. Jose Aldo gewinnt. Aber das ist schon... Komm sagen wir mal BJ. Und hier... Nate Marquardt gewinnt. Mal gucken. Ich bin mal gespannt. Und jetzt mal hoffentlich, dass ich gewinne. Wenn das so sein sollte, ist das... Awesome. In 76er. Jetzt wahrscheinlich 77er gegen 85er. Also... Das muss ich durch Technik wegmachen. Jetzt erstmal gleich Reichweite und alles gucken. Wie ich dann vorgehen muss am besten. Ein schlimmer Cut. Oder wir machen halt einen schlimmen Cut. Ja. So. 23,40. Ey. Ich hab doch gar nicht gesagt, warum mach das weg. Und nicht mal... Genau. Here we go. Komm. Oh. Er ist ja ausgewichen scheiße. Ich muss auf seine Fäuste aufpassen. Guck. Boah. Nein, scheiße. Das könnte... Nahte Nummer werden. So. Ein Kick. Komm. Yo. Jetzt bin ich schon mal oben drauf. Das ist schon mal nicht schlecht. Lass mal jetzt eine bessere Position machen. Bessere Position. Ja komm, lass mich in Full Mount. Dann kann ich dich nämlich schön kaputt hauen. Oder zumindest Side Control. Ja. Komm. Links. Ja, das zieht den schönen Damage her. Nein, 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 nein. Scheiße. Oh. Nein. Das ist an... Das ist noch schlechter. Das ist wirklich noch schlechter. Jetzt komm. Na. Boah. Der Kick hat... Nein. Der... Ja komm. Halt ihn fest. Halt ihn fest. Ja komm. Und jetzt... Boah. Steh auf. Steh auf. Jawoll. Boah. Backfest. Nein. Scheiße. Nein. Wenn der zu viel trifft, dann bin ich... Ja boah. Schön auf Distanz halten erstmal. Komm. Nein. Ey. Wie viel muss ich denn drücken, dass... Der ist schon mal... Boah, der hat die weniger Reichweite als er. Ich muss ran. Das ist nicht gut. Bei seinen Kicks. Äh... Sagen wir den Schlägen. Der ist schlaghaft. Boah. Jetzt komm. Das sieht nicht gut aus für uns im Moment. Oh. Doch. Das sieht... Jetzt sieht's gut aus. Oh. Jetzt sieht's ganz gut aus. Komm. Komm. Ja. 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 Weg mit ihnen. Hoppala. Mein Mikrofon. Au. Jetzt hat mir auch noch weh getan. Ja. Ja. Erste Runde. Knockout. Oh, meine Nase sieht zwar nicht gut aus, aber scheiß drauf. Ja. He. He. Boah, kriegt er aus Face, ey. Haben wir Karin Wecker ohne. Bam. Bam. Das ist ein Auge schon zu gewesen. Guckt. Bam. Bam. Boah, aber richtig. Ja. Haha. Das war böse. Oh. Ganz sicher richtig gucken. Oh. 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 Zwei Sekunden Verschluss. Ja wirklich. Zwei Sekunden Verschluss, ey. Ich glaub's nicht, ey. Ja wirklich. Zwei Sekunden Verschluss, ey. Junior Dos Santos. Ich glaub's nicht. Ach. Oh. Scheiß drauf. War angeklingelt und dann war aus. Ja, ich hab mich, ja, doch, nur 34. ist ja nicht schlimm 34 geht ja noch es war nicht gut aber kann man bei so einer schlagkraft nicht verhindern ich hatte schon mal mit mir hatte schon mal recht ja josh hat gewonnen ja was jackson verliert submission der joshin hat gewonnen habe ich recht aus der aldo hat gewonnen hat die auch recht bj pen hat gewonnen jawohl schade nate vitro ist im moment gut drauf anscheinend von 6 auf 6 war aber 15 zu 0 passt passt er kommt ihr sie lange Oh. Ja, ich muss... Lecker aus, ehrlich. Ist schon ein Jones. Und... Ach, dann gehen wir Black House. Ich bin ja Brasilianer, also passt das ja. Ja, ja, ich... Hä? Danke, dass ihr mich da... ...nennt. Find ich echt nett von euch. Hm. Oh, die Ladezeiten sind hier irgendwie voll lange. Komischerweise. So. Aber... Den nächsten Kampf gibt's erst im nächsten Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen und... ...bis demnächst. Haut rein. Ciao. 500.